Ein Zuhause. Ich hab mein ganzes Leben hier verbracht. Es ist immer noch unglaublich schön. Vielleicht haben wir deswegen nicht gesehen, wie hässlich diese Leute waren. Und alles wurde vollkommen... Guten Tag, Bruder. Du verstehst es nicht, wir alle hielten diese Gruppe für lächerlich. Sie waren anders. Religiös. Militant, es war eine gottverdammte Sekte. Der Kollaps steht bevor, meine Kinder. Zuerst kauften sie alle Farmen weit und breit. Dann den Radiosender. Und schon bald gehörten ihnen sogar die verdammten Cops. Eine Art souveräner Religionsstaat. Und zwar gleich hier. Vor unserer Nase. Niemand wird uns helfen. Die Regierung kümmert sich n' Scheiß. Wir sind allein. Wir verlangen, dass wir die verlorenen Seelen retten. Ob sie Rettung wollen oder nicht. Die Menschen wollen nicht glauben, dass solche Gruppen existieren. Die Leute haben Angst, Mann. Und einige wollen uns schaden. Einige wollen alles zerstören, was wir uns hier aufgebaut haben. Einige werden uns verraten. Wir wissen nicht, zu was er fähig ist. Halt, halt, halt! Wer? Ihr Anführer. Joseph Seed. Sie nennen ihn den Vater. Und die in der Außenwelt sind blind. Halt, halt, halt! Sie haben keinen Glauben. Sie haben kein Vertrauen. Bitte, nein, 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 nein! Ich zwinge sie zu sehen. Es ist nur Zeit, hier gibt's kein Netz. Wir überqueren jetzt den Henvain. Wir können unsere Lage begreifst. Joseph Seed. Das ist kein Mann, mit dem er sich anlegt. Wir hatten schon mit ihm zu tun und das lief nicht immer glimpflich ab. Und manchmal... Ja, nun, die Joseph Seed wird das auch begreifen. Brett? Ich brauche Verbindung zur Leitstelle. Biss dann. Whitehorse an Leitstelle, over. Ja, ich höre. Wir nähern uns dem Anwesen, Nancy, over. Roger, Sheriff. Wollt ihr das wirklich durchziehen? Over. Wir, äh, unglücklicherweise versuchen wir immer noch den Marshal zu ver... Merk, Glück, dass ich nicht da bin. Lass mich... Ich hätte mir lieber Nancy mitnehmen sollen als den Neuen. Vor ihr hätten die Peggys Angst. Fred? Warum nennt ihr sie immer Peggys? Project Ed Edenskate, P-E-G, Peggys. So nennen sie die Einheimischen. Ja, vor ein paar Jahren fing alles ganz am... Brett, abverstanden. Leitstelle, bitte melden. Ja, Sheriff, ich höre. Wenn du in 15 Minuten nichts gehört hast, schick jeden Mann, wenn nötig, auch die Nationalgarde. Over. Jawohl, Sheriff. Ich werde für euch bieten. Aufgepasst. Drei Regeln. Zusammen bleiben, Waffe im Holster lassen und ich übernehme das Reden. Verstanden? Verstanden. Lucky. Alles klar, Leute. Aufpassen. Los geht's. Bleibt an mir dran. Bleibt an mir dran. Augen auf. Diese Leute kriegen manchmal einen Schreck. Rookie, zu mir. Locker bleiben, ja? Was wollen die denn hier? Ganz ruhig. Bleibt alle ganz ruhig. Das Kind ist doch Quando. Macht einfach euer Ding. Das hier geht euch nichts ran. Sheriff, mir gefällt das nicht. Alles in Ordnung, Hans. Alles ist in Ordnung. Und, Goetheker, ihr tragt alle Dienstmarken, oder? Ja, hier draußen haben sie nicht viel Respekt vor Dienstmarken. Eine Waffe werden sie respektieren. Dann kann ich dir das Problem mit einer Kuh holen, wenn sie marscheln. Was für das denn? Wir wollen sowas hier nicht sehen. Das Vater Seele soll nichts von Ruhe lassen. Oh, Marshal, wir machen das hier auf meine Weise. Ruhig und besonnen. Verstanden? Na schön, Halzen an die Tür, deck uns den Rücken. Lass keinen dieser Leute hier rein. Rookie, folge mir. Und du? Mach einfach keine Dummheiten. Ganz ruhig, Sheriff. Du wirst deinen Namen bald in der Zeitung lesen. Wird schon werden. Etwas kommt auf uns zu. Ihr spürt es, oder? Das ist der Tag der Abrechnung kommt. Deshalb haben wir das Projekt begonnen. Weil wir wissen, was als nächstes geschieht. Sie werden kommen. Sie wollen uns alles abnehmen. Unsere Waffen. Unsere Freiheit. Unseren Glauben. Aber wir lassen sie nicht. Sheriff, wir lassen. Weder wird uns ihre Gier, noch ihre Unboral, noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Es wird keine Schmerzen mehr geben. Nur einen Scheiß drauf. Joseph Sieg. Ich habe hier einen Haftbefehl gegen Sie. Wegen des Verdachts auf Entführung mit dem Vorsatz der Körperverletzung. Nun, treten Sie vor. Und lassen die Hände da, wo ich sie sehen kann. Da sind sie ja. Die Schlangen in unserem Garten. Und sie holen mich. Sie kommen, um mich euch wegzunehmen. Sie kommen, um zu zerstören, was wir aufgebaut haben. Einen Moment. Nehmen die Hand von der Waffe. Abwarten und ruhig bleiben. Ganz ruhig. Beruhigen wir uns. Wir wussten, dieser Tag kommt. Wir sind darauf vorbereitet. Geht. Los. Gott wird das nicht zulassen. Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat. Und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Donnerstimme. Komm und sieh. Treten Sie vor. Und ich sah. Und sieh. Ein fahles Pferd. Und die Hölle zog mit ihm einher. Rookie. Leg dem Mistkerl Handschellen an. Gott wird das nicht zulassen. Rookie. Leg dem Mistkerl Handschellen an. Manchmal ist es das Beste, es gut sein zu lassen. Gehen wir. Gehen wir. Wir müssen verdammt nochmal hier raus. Marsch und geh vor, wir bleiben recht. Okay. Lass das nicht zu! Bleib auf den Pfand, Rookie. Zurück! Zurück! Ich bin Federal Marschall. Ich befehle euch, zurückzutreten. Hey, guck mal da nicht. Hör! Waffe, schieb! Waffe, raus! Ab in den Heli! Bewege auch los! Bewege auch, bleib zurück! Alter, fadam! Ab in den Heli! Dann bin ich nicht drauf. Alter! Begge, schrecklich! ciao! Hallo! filling cupen weg! Jetzt schaff uns selber zurück! Jetzt wir mal! Schau, gleich! Dann geh' wir raus! Painst du raus! Mensch, komm' in, Menschin! Sag' ich, Menschin! Mensch! Komm' verdammt weg! Vergeleihung! Lebe ab! Lebe ab! Lebe ab! Los! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich sagte doch, Gott lässt nicht zu, dass ihr mich mitnehmt Bitte, ich muss wissen, was da los ist Leitstelle? Oh mein Gott! Hier ist alles in Ordnung Niemand muss angerufen werden Ja, Vater Du seist gepresen Niemand kommt, um euch zu retten Der Herr hat dich mit seiner Liebe beschützt Alles entfaltet sich gemäß Gottes großem Plan Ich bin immer noch hier bei euch Das erste Siegel wurde gebrochen Der Kollaps hat begonnen Und wir nehmen uns, was wir brauchen Und wir bewahren, was wir haben Und wir töten alle, die sich uns in den Weg stellen Und Sie, die Boten des Untergangs, werden die Wahrheit erkennen Wir müssen raus Lasst die Erse beginnen! Wir müssen sofort los Was? Was hat die Erse? Was hat die Erse? Was ist die Erse? Was hat sie zu, dass die Erse? Was hat sie zu, dass dieser Erse? Vielen Dank.